Oh jetzt hab ich die Diamanten nicht Gesummelt, Summelt, Summelt, Summelt Batman Der little, little Batman Hä? Kommt der Block denn her? Ah, I don't know, Iridium Plates Warst du das, du hättest wie ein Enderman? Du bist dümmt Wir können auch keine gesetzten Backe weghauen, ne? Aber wieso war'n da Block in der Luft? Äh, vielleicht hast du'n gesetzt einfach Ne, eigentlich nicht NAAA, das hast du so Ich geb' Enderman die Schuld Äh, mach das mal Ach, ich hab' ihn angeguckt irgendwie Eins, zwei, drei Und ich hab' schon wieder keinen Wabber Ach du, anders ist nicht Tschüss Ich hab' keinen Wabber mehr Ach komm her, du Enderman Nein, es ist nicht wahr Hey Enderman Derb Ach du hattest geil Keine Fire Protection hier drauf, ne? Nein Naja, ist auch nicht schlimm Naja, ist auch nicht schlimm Äh, du meinst Äh, ja dieses Fire, ne? Naja Naja Achso, ich hab' selbst den Block gesetzt Na siehst du weiter Und zwar, weil ich an die Fakle herangekommen bin Deswegen Komm, mein Dream muss aufgeladen bleiben Ach ja, so ist das So So, einmal rum bin ich schon mal Warte Bin noch eins, zwei, drei Bin stolz auf dich Ein, zwei, drei, vier, fünf Stück noch Bin stolz auf dich Bist du gar nicht Ich hoffe zu lügen Drei, drei, vier Ja Aber manchmal hat man solche Folgen Ja, ich köfte grad nur diese Solar Panels Ja, und ich bin grad nur am Bauen Ja Kann man halt nix machen Müssen halt um so gequatsche erleiden Ja, leider Nein Nein Sobald wir fertig sind, kann ich hier weitermachen Ist ja nicht so schlimm Du brauchst schon, 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 schon Schaden Schaden Eins, zwei, drei Okay Ach ja Das kann man ja alles wieder vorbereiten Die ganzen Materialien Überleg ich mir, ich hätte das jetzt alles machen müssen Genau wie bei dir Gute Nacht Musst du nicht Nee Ich muss nicht gehen Jetzt, ja Ach ja Die Minimap ist auch ab und zu komisch Erst zeig dir an, du bist weiter unten Ja Und dann bewegst du dich weiter Und dann bist du wieder Mit dir weiter oben angezeigt Minimap gehen Jetzt wird's wieder unten angezeigt Minimap halt Was ich hier in dem Raum bin Oh, da ist ja mein Aufstieg Naja Aber sei, wie gesagt, sei bei dir auch froh, dass du alles vorbereitet hast Naja Hab ich auch so weit Du würdest jetzt sitzen und, ja Eins, zwei, drei Aber, ähm, ja Ich hab noch 4 Stacks Smooth Stone Oh oh Aber ich hab noch ganz viel Ähm Man sagt schon Ganz viel Stein Wollte nur noch die Tinte dafür Kannste Tinte nicht irgendwie Kannste das nicht? Mit Juju? Ja Ja Damit kann ich das herstellen Ja, dann ist ja nicht so halb, dann ist ja nicht so slim Nein, nein Dann muss ich die noch qual- Dann muss ich die einmal craften, einer Dann muss ich nochmal einmal den Einzelnen da rein tun Und dann habe ich den Smooth Stone herguck Aber das, die beiden Dinger habe ich schon mal in diesen Worktable eingespeichert Guck, das ist doch gar nicht so slim Ja, ich weiß Trials 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 Drei Zwei 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 Nur am sabbeln. Komischerweise, ja. Auf der Arbeit bin ich nicht so. Daher halte ich eher meine Fresse. Aber ich finde, da braucht nicht jeder bis zum Glück bist und so. Nö. Der ist Größenwahnsinnig, das glaubt ihr nicht? Der Größenwahnsinnige ist der, der gerade am Labern ist. Hahaha, nein. Also, ich bin gerade am Labern, hallo? Ja. Siehst du? Ach ja, Flash ist auch Größenwahnsinnig. Iridium Blades. Achso, ich hab zwei, ey. Zwei Ultimate Hybrid Solar Panels, reichen die wohl? Für den Anfang wieder? Dann kann ich nämlich einen dafür. Normalerweise könnte ich ja auch den Filler nutzen, ne? Und die eben in den Rennzimmer. Ja, also, willst du mit dem Hybrid Solar Panel kombinieren? Hahaha, so schnell das Ding abgeht. Nö, nö, ich will das auch ehrlich gesagt nicht mit dem Filler machen, ich will das bei Hand machen. Oh, mit Hand ist aber auch schon wirklich so eine Schmerzgrenze, ne? Aber das muss ich auch mal wieder haben. Ah. Oh, jetzt weißt du, was jetzt... Das muss man auch mal wieder haben. Weißt du, was jetzt losgeht? Jetzt fängt's an. Nicht rülpsen. Nein. Jetzt fängt das ME-System an. Achso. Oh, wie ging's noch mal? Wie ging's noch mal? Wie ging's noch mal? Noch mal was trinken kurz. Oh, ja. Ich bräuchte erst mal diese... den Rahmen, genau die Wall. Nein, für die Leute, die sich wundern, warum ich da so rumsteckert. Ach. Wen wundert's. Ja, du ist sabbeln, ne? Ja. Der ist nur am sabbeln. Sabbel, sabbel, sabbel. Nein. Dann brauch ich Gold und Eisen. Quietsch, quietsch, quietsch. Mein dringlicher Stuhl, echt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stuhl, típ, 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 típ. Típ, 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 típ. Minium Storm und Eisen gab Gold, ne? Mh, nein. Gold und Minium Storm gab Eisen. Ach, laber nicht. Nein. Und Eisen und Minium Storm gab, stimp, stimp. Stimp, stimp. Ennäp, perle. Nein, wie krieg ich jetzt wieder Gold raus? Verdammt! Gar nicht. Ernsthaft? Glaub ja. Musst du gucken. Ganz haft? Verdammt. Das ist nicht gut. Wieso? Hast du das falsch gemacht? Eigentlich hatte letzte Zeit ja so viel Gold durchgejubelt. Ja. Und da habe ich ja Eisen rausgemacht. In meiner Turtle. Unten. Okay. Und jetzt brauche ich natürlich Gold. Oh. Das ist doch Jujumeta. Das dauert doch zu lange. Ja. Und? Stell dich nicht so an. Echt. Echt, aber nicht gefälscht. Warte. Mein Bruder würde sagen, gefälscht, aber nicht echt. Doch. Das geht. Es geht, es geht. Ja? Geht auch? Naja, es geht. Muss ich nur... Okay. Voll machen. Und können wir schlafen gehen? Noch. Ich habe Angst. Ja. Danke. Ich lieb. Ich bin... Obwohl ich Batman bin, habe ich Angst. Im Dunkeln. Little, 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 little Batman. Bei Flash heißt das... Fatman. Little, little, little Fatman. Das... Der macht die Rolling Stones immer. Kennst du das? Was? Fatman. Fatman, ne. Und Spider-Man. Spider-Man oder wie das heißt? Keine Ahnung. Ne. Da gab es da immer so eine komische Verarsche. Das ist voll bescheuert. Okay, das habe ich. Zwei. Drei. Risiko. Zwei. Risiko. Risiko. Zwei. Risiko. Duak. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Nein, ich habe zu... Ehrlich? Ach, komm, ehrlich. De Klatsche. Ich weiß, ich mache das jetzt aus Diamanten. Dauert mir zu lange. Bum. War ich nicht. Ach. Scheiße. Scheiße, stinkt. Äh. Krase. Kein Stein? Ja. Kein Smoothstone mehr. Chakara. Wirklich? Ich bin noch nicht mehr... Kannst ja mal gucken, weil ich gekommen bin. Na, warte. Ich setze eben die Wall und dann komme ich zu dir rüber. Die Wall setze ich unten ins System rein. Das sollte ja... Ich glaube, ich mache das hier rein. Dann kann ich unten alle verknüpfen, oder? Die Wall. Die Wall. Ja, die Wall. Die Taktowall. Diese ganzen verfickten Federn, ehrlich. Scheiße, das. Und ich dachte, wenn ich der Glas hochzimmere, dann... Geht's weg. Ja, aber... Ist wohl nicht. Ich merke das, ja. Batman. Batman. Nein. Ne? Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Okay, ich kann die... Nein, ich kann gerade nicht. Oh, das Ding kann richtig groß werden. Okay, das machen wir mal. Ach, wieso den Platz ausnutzen, wenn ich da hinten noch einen Links- und Rechtsplatz habe. Es wird nicht groß, es wird nicht groß, es wird nicht groß, es wird nicht groß. Nein, es wird nur klein, es wird nur klein, 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 klein. Ich leere gerade mal eine Bags. Jetzt habe ich 24 noch. 24 und das sind dann 16. Obwohl, hatte ich eigentlich keine 4. Doch, eigentlich hatte ich da noch was. Und da ist eine Truhe drin. Ich glaube, ich habe gar nicht alles. Genau. Ey, gibt es irgendeine Bestimmung, wie groß man einen MME-Kasten machen kann? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich übertreibe es gerade mal. Ich habe keine Ahnung. Ja, probiere aus. Vielleicht klappt es ja. Wenn nicht. Pech gehabt. Ja, so. Ist ein bisschen groß geworden, ich weiß auch nicht warum. Large. Ich habe nur noch Large Black Storm Bricks. Das war es auch. Wo bist du denn, unten in deinem Dingeling? Nö, ich bin gerade von meinem Truhen. Aber unten in deinem Dingeling baust du da, ne? Ja, ja. Und mein Dingeling, der baue ich gerade. Da ist Zahntus. Da baue ich gerade die Dingerlinge. Ah, und drehen. Was kann man nicht tun, weil da voll wieder. Dein Dingerlinge. Ich kann einfach runterspringen. Achso, jetzt ist Smooth Blackstone. Ja, ist klar. Das sind jetzt alles schwarz, oder was? Ja. Achso, so machst du das schwarz. Wo machst du denn deine Reihe zwischen frei? Kabelverlegung und alles. Oh, da hätte ich aber lieber zwei gemacht. Ich meine, du musst irgendwo springen oder so. Ja, muss ich gucken. Ich mache das ja erstmal nur so. Ich musste das dann einfach nur ein Zirn machen. Eins, zwei. Warte mal, eine Etage. Zwei Etagen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Etagen. Ich habe auch sieben. Ich glaube, dass wir trotzdem ein bisschen blöd wären. Mit der letzten, mit der oberen. Warum? Nur, weil sie groß ist, oder? Nein, wenn nicht noch ein Zirn wird es alles. Naja, klar. Obwohl dann verschwindet, glaube ich, die obere. Die obere wird verschwindet. Ich glaube, ich nicht so wirklich dran. Na, kriegst du schon irgendwie hin. Da bleibt so eine kleine Lücke frei. Und ich habe keinen Bock, dass die Ebene nur drei hoch ist. Na, drei ist ein bisschen blöd, wegen auch Tanks oder so, wenn du Tanks brauchst. Vier passt schon. Ich weiß gar nicht, was ich für einen habe. Ich habe, glaube ich, auf sechs oder so. Aber da würden keine Tanks hinkommen. Dafür würde ich noch extra Räumen bauen, da rinko. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Meine sind fünf hoch und ich habe keine Etage dazwischen frei. Das mache ich auch nicht. Ich benutze später Cover. Wenn ich Rohre habe. Und die Kabel verlege ich sowieso alles hinter eine drei Reihage. Ja, du brauchst es. Ich weiß auch nicht, warum. Du wirst es schon brauchen. Das ist ein sortieren. Und jetzt brauche ich diese Fens. Ach ja. Ich glaube, die sind teuer. Der Flash ist doof. Nein. Nein. Oh, oh. Was denn? Schwein. Was schon in der Aufnahme? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sechzehn. Ja. Cool. Sechzehn mal zwei. Oh, ich kann rechnen. Acht mal zwei. Und... Und... Äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht, acht mal vier. Äh... Zwei, drei, sechs, nechzehn. Ach ja. Das stimmt gar nicht. Was denn? Acht mal vier. Mal zwei. Na ja, ist gut. Ach ja, der Flash. Äh... Das sind 64. Irgendwas... Boah, ich wundere mich gerade. Alter, erschreck mich nicht so. 64... Wollten wir gucken, was wir hier veranstalten. Das sind... Ach...